so da bin ich wieder ich habe jetzt mal gerade ein bisschen die einstellung geändert und ja das vielleicht auch mal ein bisschen mehr wie drastisch wieder aufnehmen können so und ich war gerade beim onkel doktor und habe mich heilen lassen so mehr aber nicht gemacht das ist ein roter ein bowser da hätte ich mir den doktor ja eben noch sparen können moment euch klein hier mache ich so platt mit der rohrzange habe ein hartes rohr so wir müssen dahin dann gehe ich erst mal den haben wir noch nicht abgeschlossen die tür kann man auch brechen aber da kommt er ja raus sicherheitsregulationen verbieten die luftung aller wo kommst du her wo kommst du her gut wieder sagt ich teile ich weiß zwar nicht wo der jetzt her kommt die orten war 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 da waren die zwei war da noch was nein war 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 da nehme ich dich mal mit wenn wir die tür aufbrechen können und der da rauskommt dann wirst du ja ich glaube jetzt muss ich doch mal hier was ausmachen ich glaube jetzt muss ich doch mal hier was ausmachen so moment flop so die eine seite erreicht mal auspacken das geschenk ja ja auspackung würde 0 punkt was auch immer so da kommst du noch mal her habe ich fühlen wie eine wunderkerze wunderbar ich habe eine wunderkette in der haus so dann speichern wir das mal ganze so dann macht er gleich die blitze was für ein schwein was ja toll da haben die dinge aber richtig gut geholfen alles was böse ist muss ich vernichten so den kuchstrahl habe ich zwar selber noch nicht so benutzt aber vielleicht irgendwann mal im moment ist der von hinten aber das noch zu weit weg und das andere geschützt ist gar nicht da ja der macht die dinge ansaugen was für ein arf wenn wir jetzt was ansaugen ok das ist der techno part war da mag ich nur technisch noch äh Techno Schwächen hatte der Elektriz EMP alles klar ähm EMP EMP haben wir hier aber damit können wir den vielleicht erstmal anlocken das tut doch weh nimm mal dein Ding da weg man ok der ist weg, weg harje behebe weg äh 15ches davon 1 hier unterstützen ähm Sendefehlerprotokoll Den 3er hatten wir, Wasseraufbereitungsanlage, Notiz, durchzuführende Tätigkeit, Installation Ich beantrage die Implementierung des PPI, Trinkwasser und regelmäßigen Intervallen, Dr. Hans Kjelstrup und nein, Untergriff eines Direktors Was haben wir hier, Wasseraufbereitung, Energieversorgung einverhalten, ja, machen wir mal So Haben wir da jetzt was Äh Gehen wir jetzt mal hier recht rum Mal gucken Ich finde es heute, dass hier irgendwo mal vielleicht Mimik sein sollte, man weiß ja nie Aber soweit ich hier gucken kann, ist im Moment Kein Mimik zu sehen Gut, hier trampelt wieder jemand rum Wow, da ordnet es einer wieder Der macht ja schön Ähm Scan abgeschlossen Gut Neue Zielfähigkeit verfügbar Jaja Boah Die will ich aber nicht benutzen Möchte gerne ein Mensch bleiben Äh Äh Was anderes da hinten Oder so Hammer Müll zum Abliefern Ein wenig Ein wenig Ja, ja Gut Ich meine damit Wow Ähm Ähm So Oh Aber ja Äh Äh Der blitz geht dahin Kann man schnell durchlaufen Waaah Moment 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 Eieiei Plopp Und schnell reparieren Ähm Bang So Ah Da steht was Also Ein defekte Lüfter und Ersatzteile Teile Teile Keine neuen Daten Das ist nun kaputt Genau Äh Äh Mal dieses PSI Wieso kann ich mal was kommen was mit den Anderen Sachen zu tun hat mit der Gesundheit und so weiter Hm Na gut Ähm Anzug hat ja noch einen Platz frei Das ist der Aufpralldämpfer Äh Zusammenstöße bei Schwerelosigkeit Könnte man machen So dann haben wir da mal mit alle voll Ähm So 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 Wir haben jetzt Die Aufbereitung gemacht Wir haben das Ding gemacht Wir waren jetzt Einmal rum Dann gehe ich erstmal nach oben Ich bin Ähm Ähm La da ja da 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 Das ist aua Denke ich mal gloves Ja klar Du alles scheiß lights Nein Toria 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 Alles klar Ähm nein Gut der hat was zu essen munition hat da könnten wir denn zur not auch was essen und vielleicht ein bisschen platt zu machen ich würde mal sagen könnte man machen wir haben hier vier äpfel so aber einen platz erst mal mal gucken hoch nicht der apfel hier treibt oder die äpfel gut hier geht es einmal rum hier ist nix dann was haben wir hier für ein raum den wau vor sich das mal gucken ich sehe keine mimik da ist auch keine mimik gut der raum scheint sauber zu sein dann haben wir hier eine vorratskiste gut hallo abby ich achte darauf dass ein team extrem sorgfältig mit der fangmaschine umgeht was sind wir eine fangmaschine wir haben letztens eine leere flasche und sah da in der ladung alle entdeckt und ich nehme an dass hier von jemanden aus unserer abteilung ins becken geworfen wurde niemand will in seiner unagi rolle auf glas beißen oder auch irgendwas anderem zu schnell zu weit drei aber das mit den dreier abfälle wir sammeln abfälle das ist ja kaum zu glauben was haben wir denn hier oben ein raum in dem wir so nicht rein können hier geht es noch höher ein paar blau meier so das heißt hier kommen wir nicht rein da ist eine tür die müsste es ja von da hinten irgendwo rein gehen rotzange nein das kann man nicht öffnen rotzange zerlegen ich mal und wieder zwei pistons über auch zerlegen das gibt wieder platz zu legen das gibt auch mehr platz dann die rotzange dort unten zerlegen die haben wir jetzt auch doppelt die kann auch zerlegen so es gibt auch wieder einige an platz dann könnten wir hier die wagi weg die dings essen so der kontrollraum ist da hinten da sind die geschütze so hier war auch nichts mehr könnten auch so runter mit der raum hier im papier kommt noch ein bisschen müll ah das mal danke was wodka 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 ok abangstunde freifalten abend sperre machen wir mal so zwei nachrichten ich stand immer hinter dir aber jetzt gehst du zu weit du musst dich zusammenreißen es fährt den leuten schon auf preis leuten die höher in den darungskritten hör auf dr kohl aus dem weg zu gehen und sprich einfach mit ihm ich glaube fest daran dass du das schaffen kann ich glaube ich habe erfahren dass sie eine gefahr für sich selbst und andere darstellen ich kann die in ernster lage gar nicht genug betonen wenn sie ihren dienst auf dieser station unter einfluss von alkohol ausführen ich habe ihnen ein rezept ausgestellt nehmen sie die medikamente verzichten ihr alkohol und bleiben sie im besatzungsquartier bis wir uns treffen können sie sind wohl auch wie vom dienst verspendiert hier zusammen matthias so da war ich mir zweite garen so gluck gluck so irgendwas haben wir ja gemacht keine ahnung was hier mache ich nur speichern davon die auch von der beilang nicht gespeichert wurde ja wir müssen dann nach diesen reaktor irgendwie schwebe schwebe so wo ist er denn ich will hier einfach mal den strom machen damit wir hier wieder raus können ach der ist da die richtung reparatur kit und ersatzteile das kraftwerk alles klar leute so wir sehen uns also im kraftwerk wieder bis dahin bye bye das mont visual montreal ein